Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, das eine Frage beantwortet, die Sie mir hinterlassen haben, das beim Starten des Fahrzeugs der Generatorriemen. Auch Hilfsriemen oder Zubehörriemen genannt, weil er macht Geräusche als würde es schreien, aber für ein paar Sekunden und bei kaltem Motor und dann stoppt es, dann hört es auf, dieses Geräusch zu machen, mal sehen, ob es ein Problem mit einigen der Spanner ist, die Spanner. Dieses Geräusch würde es normalerweise dauernd machen, wenn es nur ab und zu oder einfach. Bei jedem Start passiert, startet man mit kaltem Motor, aber nur für ein paar Sekunden, da ist es meistens einer von die Rollen, zum Beispiel von der Kurbelwellenremmenscheibe, oder es kann eine andere sein, die für einige Sekunden gegen sie gleitet, normalerweise ist es gegen die Kurbelwellenremmenscheibe, die rutscht, aber es kann an der Abnutzung der Rolle liegen, wie ich sage oder es kann sein, das eigene Band zu tragen, kann sein Verschleiß am Riemen oder das der Riemen bereits verhärtet und reißt und dann würde er rutschen, natürlich würde das Geräusch mit der Zeit mehr gehen und dort müsste man überprüfen, woher das Geräusch kommt, um größere Übel zu vermeiden. Weil natürlich, das Problem, das manchmal auftritt, die Leute verlassen es und wenn nichts passiert, dann fängt es an, mehr und mehr zu tun und nichts passiert und es tut es ständig und das Problem, das bestehen kann, ist, dass das Band brechen kann, wenn es reißt, kann kaputt gehen, ich habe Brüche gesehen und das Problem ist nicht mehr, dass es kaputt ist, du weißt, dass etwas im Motor passiert und du hältst an. Das Problem ist, dass es hinter der Kurbelwellenremmenscheibenrolle hängen. Bleibt, dort stecken bleibt und das Fahrzeug anhält, denn da kann die Banne wichtig sein. Wie gesagt, wenn man es am Anfang nur beim Starten des Motors macht, hat es kein größeres Problem. Aber wenn man es ständig macht, wäre es ratsam, es zu überprüfen und ob sie müssen den Riemen wechseln, wenn der Riemen gewechselt wird oder wenn er hat und um einige der Spannrollen zu wechseln. Da das Problem von dort kommt, werden sie auch gewechselt, naja, da hast du das Video. Ich hoffe es war hilfreich, wenn ja, vergiss nicht den Kanal zu liken und zu abonnieren. Thanks. Auf geht's? Kip-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko Das Schra barabcher, ja, denn da sei, dass jeder Geld in Ainchland, seine chambers zu galaxien. Gargan Hand muss nicht relax, doch dann Und dann haben wir wieder 1,2 oder 2,6ご Handy lift accessed